Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hab wieder gute Laune. Ich bin wieder ganz vorne Seetien mit meiner Schwester hinten drauf. Dicke, der Tour und Dicke, der geile Sau. Wahrscheinlich der geile Sau. Auf jeden Fall fahren wir wieder. Treffen uns gleich bei Luis mit ein paar Leuten. Keine Ahnung wie viele kommen auf jeden Fall. Eine Handvoll Leute vielleicht. Und dann fahren wir gleich zusammen. Und dann schneide ich euch zusammen was passiert wie immer. Also Leute viel Spaß mit dem Video. Meiner ist nicht ganz drin. Okay. Hi. Hi. Ja, sah ja nett aus. Luisa und Nadine sind ja die ganze Zeit alle Leute am Grüßen und Hallo am sagen. Weil die sind gerade wieder am unterhalten. Übers Handy sind die am Telefonieren mit Kopfhörer haben so drin. Ja, wo ist es nicht? Okay. Hi. Hi. Er hat mich gegrüßt. Er hat mich gegrüßt. Wie geil. Geiler Typ. Wieso fahren hier 50 mal? Oder 48? Die Blitze sind auf 60, nicht auf 50. Ey. Was für Muschis. Da sehe ich Tim Schwarze. Hallo. Triss Bandkarten. Lol. Bitte. Warte, wie viele ey. Das haben wir gestern angekündigt im Stream so spontan. Dass wir so ne Truppe zusammen bekommen, das hab ich nicht gedacht. Das hab ich nicht gedacht. Ehehehe. Unruhige Truppe zusammen bekommen ey. Geil. Geil. Alter, so viele. Und ein Rollerboy dabei. Nice. Und ein Rollerboy. Ehe. Geil. Fera Tickennagets! Fera Tickennagets! Fera Tickennagets! Wie geil! Ja, alle im Kreis, ey. Wie geil das aussah. Ey, wir müssten einfach mal alle im Kreis fahren die ganze Zeit. Lol. Jetzt kommt gleich los. Nee, geil. Ah, lol, lol, wie geil das aussah. Geil, ey. Hallo. Hallo Bielefeld. Oh, keiner macht mit außer uns beiden, haha. Hallo. Noch was? Hier ist noch einer. Also, vorbei schon. Kommst du da, wenn ich das gerade mache. Haha, normal. Wuhu. Alter, nein, nein, nein. Haha. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, mach mich. Ah. Haha. Alter. Alter. Oh, ey, bitte keiner legt sich da. Was? Warte, jetzt kann ich gleich die Ankunft filmen. Ich komm nicht weiter, ich komm. Was? Ich komm nicht weiter, Mami. Haha. Kommt ihr nicht hoch? Nein. Weiter, 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 weiter. Ah. Weiter, weiter, weiter. Ich hab's mal gemacht. Lauf bei uns. Lauf bei uns. Ich wusste, dass irgendjemand mitmachen wird. Ja, du Wichser. Was soll'n' das? So was macht man nicht. Das macht man nicht. Alter, der fährt da wie so'n Asozialer, der mit dem Turan. So Turan, keine Ahnung, wie der heißt. Die sind am Heizen, ey. Wir sind hier mit dem Rollerboi. Oh, Rollerboi unterwegs. Ich will, ich will denen irgendwie eine Fistbank geben. Rollerboi. Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo. Hallo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ähh, ähh, fahren wir jetzt einmal zu. Ah, nein. Hahaha. Jetzt waren wir unter der Police. Ja, wir sind so viele CBR's, wir dürfen hier durchfahren. Wir sind hier mit. Ja, wir fahren so viele CBR's, sind hier mit. Die Ampel ist rot. Roter als rot. Ich bin aber auch rüber gefahren. Die Hupe hat sich richtig gequält angehört von ihm. Warum packe ich das Ende des Videos mal hier hin. Vielleicht passiert noch was, dann schneide ich es rein. Aber ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und nochmal danke an alle, die jetzt extra zum Video jetzt quasi bzw. extra heute zum Fahren gekommen sind. Danke, danke, danke. Ich hoffe, zumindest ein paar von euch kommt nächstes Mal, wenn ich sowas mache, wieder. Das war ja ziemlich spontan. Ja, bis zum nächsten Motovlog. Tschüssi!